Ich kann die von hier oben ganz gut abknallen eigentlich. Warte mal, mit welcher Tast kann ich denn meine Drohne machen? Brauche ich überhaupt eine Drohne? WAS? FEUER? Nein, das war, das war, warte mal. Du kannst ja mit Tab, kannst du dieses Interaktionsmenü und dann kannst du mit Mausrad drehen, also was du da machen kannst. Ach, Rebellenunterstützung gibt es ja auch, stimmt, da war ja was. Stimmt, warum machen wir das eigentlich nie? Was? Rebellenunterstützung anfordern. Weil ich das doch nicht freigeschaltet habe. Achso. Aie, echo, echo de puta. Pendejo heißt das! Pendejo de puta. Ego hat die puta! Wir machen paramed nature und... Mamera, Mamera. 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 Wir haben sie gesehen, ach so sicher. So. Tango am Boden. Nein! Wir müssen doch den Typ da holen, oder nicht? Fuck! Junge, bist du scheiße. Du sagst Nikita. Du sagst Nikita, der ganz oben... Dankeschön! Grüße! Ich bin online. Ich muss pissen! Echt? Lol. Einfaches Spiel. Vielen Dank. Äh. Jetzt sagst du jetzt echt pissen gegangen? Hm. Er ist da. Okay. Abschluss bestätigt. Ja geht das. Machst du auch noch was, oder? Was soll ich machen? Keine Ahnung. Gegner töten. Ja, ich seh hier keine. Musst du Augen aufmachen. Das sind ganz viele. Wo? Überall wo... Du siehst auf der Karte diese orangenen Felder, ne? Manchmal? Ne. Ja. Ja, natürlich darfst du mich malen. Soll ich mich ausziehen? Oh ja, bitte. Ich würde mich aus... Also für ein Nacktgemelde würde ich mich safe ausziehen. Ah, das Dokument ist vorher auch noch. Oh, was ist denn? Uff. Oh, I know where you want me to... Oh, wonderful what this could be. Wie geht's, Cara? Danke für die... Oh, ja. Oh, ja. Oh, 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 oh. Deil. Okay. Cara, willst du fliegen? Ja. Gut, dann gehe ich nämlich Beifahrer. Dann muss die Kita nachher wieder runter... Stehen. Ich hasse euch, Digga. Ja, entweder kommt das mit, oder... Gute Nacht. Was? Wohin? Hier, ein Dreißiger. Hier. Die Takwa! Nehmen wir mal an, ne? Ja. Ja, aber Nikita muss das auch annehmen. Ja, mit Enter. Nikita. Mit Enter, Nikita. Enter. Gut. Jawoll, du bist bei uns! Mashallah Habibu! Mashallah. Du bist sauer. Jetzt machen wir so richtig... Action. Action Jackson. Ja, extra weit hoch, ne? Ey, Digga, fliegt mal so hoch, wie es geht, und dann musst du ja gucken, wie er runterkommt. Ich versuch's. Ey, Marvin, ich hab keinen Geburtstag, Marvin. Ey, aber fühlt mal bitte direkt über das Sperrgebiet an, wenn der nämlich runterstürzt, ey, fliegt ja direkt bei denen rein. War lustig. Äh... Lass ruhig. Noch ein bisschen, noch ein ganz kleines Stück? Noch ein ganz kleines Stück? Jawoll. Ne, noch ein bisschen. Ja, und jetzt! Ganz da oben! So? Das ist perfekt, ne? Ja, Mann. Ciao Nikita! Fickt euch, Alter. Ach Nikita, ich bin noch da, keine Sorge. Was? Ja, ich geh doch weiter nach oben, ne? Ja, ja. Zwei Kilometer, also wir sind jetzt bei zwei Kilometer jetzt. Ey, warum hab ich nicht eigentlich so'n Suit? Muss ja dann freischalten. Ja, komm spring runter, ich hab keinen Bock mehr, Digga, das wird zu lange dauern. Ja, ich möchte sicher gehen, dass du stirbst. Ja, der Song heißt big enough. 2800 Meter. Jetzt geh doch! Ja, bei 3000 komm ich runter, ja. Hau rein! Hau rein! Ich schreibe nur 1 Kilometer in meinem Boden! Äh, Nikita, wie geht's das so eigentlich? Äh, also ist... Die, die Luft des Jägern ist halt nicht so gut hier oben, ne? Aber sonst geht das fit. Junge, wie lange fällst du? Keine Ahnung. Ich glaub, das wird selbst ne Minute dauern. By the way, äh, ich bin jetzt kopfüber. Du fällst schneller als ich. Jetzt ist der Propeller, äh, halt so umgedreht, weißt du, also unten. Naja, ich seh das. Ich, 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 der kommt, der ist, der kommt vor mir unten an auf jeden Fall. Ja, also, wenn ich das überlebe, dann will ich irgendwas von euch. Klar. Bekommst, bekommst Duschgel von mir. Ja, ich hab's überlebt. Nice! Oh fuck! Hau! Die Sache ist halt je, ich glaub, das haben die gemacht, damit die, die, die nicht irgendwie auch irgendwie auf den Sack gehen die ganze Zeit. Ja, ihr blöd Buster, dann extra für euch haben die das gemacht. Naja, extra für euch. Knausse! Die zwei Minuten, dann müssen wir jetzt hier aushalten. Ja, jetzt kommen die so von überall, ne? Ja, man. Ich glaub, ich hab die Mission mal bei der Beta gespielt. Äh, ihr habt Dings, ne, ihr habt Tapfen, die könnt ihr überall verteilen. Die haben mich im Fokus gerade. Geil. Äh, ich bin hier oben auf dem Berg. Nur weil du schwarz bist. Nein, wir waren einfach umgefahren vom Auto. Dankeschön, die hat mir gerade in den Arsch geattet. Ja. Ich muss es leider sagen, der Rausser. Hä? Was? Ei! Aufm Weg! Oh fuck, da ist ein Sniper. Die dreckigen Echo der Putas, alter. Ich muss sagen, so mein Heilschleck ist weniger geworden. Der Hate wird auch weniger. Oh. Äh, Nikita, ich bin hinter dir, ne? Nikita, hol die mal auf der Straße, bitte. Danke. Bitte schön. Niklas! Äh, tun Fisch, ich hasse Fisch, ja? Danke, aber ich hasse wirklich Fisch geht gar nicht. Ja, äh, Dankeschön. Ey, wie kann ich eigentlich die Sicht ändern? Ich bin jetzt irgendwie links von... Wie sind beide mit Controller oder einer mit Tastatur? Tastatur. Hab ich auch keine Ahnung, wie man die Sicht ändert. Ich glaub, das geht automatisch oder so, ne? Alter, ich brauch mal Deckung. Ich glaub, das, 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 das kommt drauf an, wie du läufst, weißt du? Ja. Boah, in der Abkühlung. Der Rückfall steht bei mir, wir müssen zurückfahren. Nee, Spaß, ey. Äh, du hast weit, ein Hals wie Payne? Boah, nee, hör mir auf, du! Oh nein. MC Giraffe! Okay. Botschaft ist raus. Wer sollte den Rebellen helfen? Mörser, Unterstützer. Ja. Schön, schön, schön. Alles klar. Liva la Revolucion! Ja. Munition muss man immer auffüllen. Ja, genau. Du sammelst aber auch, wenn du über Dinger rüberläufst, ne? Über, äh... Über Gegner. Ja. Wir brauchen die Kingslayer-Dateien. Wo sind die? Ich hab, äh, Marker gesetzt. Achso. Da hinten. Echt jetzt? Der hat, der hat, der hat, der hat das Auto genommen. Wir brauchen ein Auto. Ja, der hat sich gerade verprisst. Da ist auch ein Auto, ne? Hier! Moment, ich fahre. Der fällt gerade auf den Schwarzen, das wisst ihr, ne? Oh, Mann! Ich hab gedacht, das geht hoch in die Luft, Junge! Was? Dominik hat Tattoos. Dominik, wo hast du Tattoos? Erzähl's mir. Der Chat weiß, ich würd's auch wissen, bitte. Ne, im Ernst jetzt. Ich habe gar nichts unsachliches... Ne, wenn ich das so höre, dass das vielleicht dann schnell... Oh, nice. Erzähl mal. Also, durch Zivilisten töten kann... Was stand, Agat? Wenn du voll viel Zivilisten hintereinander tötest, kann's sein, dass die Mission abgebrochen wird. Oh. Was heißt hier, Exel, du Perversling? Hä? Was ist daran pervers? Das ist wirklich normal. Ist meine Mutter noch da? Mama, bist du noch da? Mama! An den Fingern, mein Totenkopf, Hals. Wie dein Totenkopf. An den Fingern, mein Totenkopf, Hals. An was für einen Totenkopf? Du meinst, du hast einen Totenkopf am Hals. Ja, aber ich mein jetzt irgendwie so unsittliche Tattoos. Das hast du nicht gesehen, Nikita. Nein. Du bist schwarz, du darfst das. Ey, du Rassist. Weil ich schwarz bin, heißt das, ich kann kein Auto fahren? Ich mein, du darfst das, weil du schwarz bist, Junge. Das ist unser Uganda-Barrier in Ruhe, ja? Uganda-Barrier? Ja. Habt gerade Psychoanalyse, Exel, wo man sich bei YouTube angegeben. Hä? Es gibt ein Video, eine Psychoanalyse über mich, die müssen wir uns auch gleich angucken. Ey, ich würd sagen, also für einen Gaming-Stream unter der Woche um diese Uhrzeit, seid ihr aktiv am Start, ihr Lümmel. Na, danke. Aber auch nur, weil Ferien sind, Kappa. Sind Ferien? Ja. Oh. Also das Auto ist gut tiefer gelegt, soll ich sagen, ne? Wenn es jetzt irgendwie so gesagt hätte, ich hab, ich hab an meiner Melaui, hab ich irgendwie voll das krasse Tattoo, oder ich hab übelst, äh, an meiner Rosette so einen roten Pfeil oder sowas tätowiert, dann hätte ich das sehr verstanden. Ja, auch um zu ballern. Der mexikanische Oldscoo-Totenkorb, falls Seite rechts und links und an den Fingern. Keine unsittlichen, ja, du hast keine unsittlichen Tattoos, Dominik, Dominik, ich bin raus, ja? Nicht reinrennen, Nikita. Mein nicht. Ich versteck mich hinter, ich versteck mich doch nicht hinter der Kuh. Die Kuh mag dich nicht. Nein. Ich setze Drohne ein. Ich erkenne eine kleine Gruppe, Freunde. Sie Muldanschuss, was ist das? Simultan. Da kann man, äh, du hast geschossen, oder? ja klar was größe von wem wer war das nikita wer war das wer was er hat mir gerade was gespendet weiß ich nicht das tut mir richtig leid bitte schreibt mal in den chat wer da was gerade gespendet hat ja hast du nicht tippe offen nein ich habe nie tippe offen jeder der tippe offen hat ist geld orientiert ich hasse solche menschen mehr halt wegen nachrichten gucken oder nicht oder schließlich immer direkt was so ich bin da nicht mal direkt für alles aber sven hat mir was gespendet dankeschön sven grüße vom trucker der lkw fahrer sven grüße 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 an was erinnert sich das an ein vater junge oder mein vater war kein bauer natürlich war das ja landschafts und garten ich bin ich bin die kitas denn jetzt bei der gemeinde im grasen mähen das maßnahme auf dem arbeitsamt exe da hör auf hier mein trecker hör auf jetzt ja dein trecker bruder dein trecker ne ich hab sie von der vater aus ausgeliehen ja exe willkommen im club ja da würde er wieder den kann dann verbrennen du bist kein kanacke karen ist kanacke du bist kein kanacke ich will mitfahren bitte ja ja komm heiz maul darf man nicht sagen warum darf man das nicht sagen jetzt soll erreichst mir aussteigen guck mal die einen nennen russen auslachs die einen nennen die kanacken keine ahnung ich nenne die einfach nur bauer ja halt zum maul alter egal ich sag's nicht ja komm aber was sag das wunderschöne wort ja baumwühle baumwühle genau baumwühle dankeschön niklas ja aber tunfisch geht gar nicht tunfisch ist das absagen die kleinen dreckigen bruder bitte fahr weiter ja soll ich bitte fahr weiter ich hab da gar keinen nerv jetzt für ok danke bruder das ist das letzte mal dass ich dir geholfen habe irgendwie wo du auf der straße lagst du hund wär ich ja ey Junge hör auf hierfür zu spammen ähm markierung markierung hier ist der nächste einsatz nehmen wir mal an auf jeden fall oder wir holen uns erst noch hier die kingslayer datei die ist in der nähe ok ja und danach gehen wir die da holen und dann können wir zum einsatz ok super ja nice die kinder sucht du spawst einfach hinterher ne ja du spawst einfach hinterher die kita hoffentlich spawnt er da oh fucks was war das denn schon kommt hierher ja schildert halt mal an der der ist da hinten ok ok ich versorg uns den vier sitzer ok ok der arme tut mir schon leid mir nicht ich habe was besseres leute was besseres als auto wir müssen wir so ganz weit rüber ich kann nicht diskutieren einfach mit dem auto mit dem boot mit dem boot ja ich bin so bescheuert ich bin ein auto ja fahren wir ja grad nicht ne dann fahrt immer im boot ich fahr mit auto auto ok auto ist da komm her Nikita komm her Nikita klingt wie banane von Chiquita ja man Nikita banane ich glaube wir müssen das gleich bei den Rainer geben ja und dann machen wir gleich noch ein bisschen reactions weil ich habe gehört reactions gehen gut klicks kappa ja aber wie kann ich da einsteigen ja äh rauf mit E oder halt halt äh mit H mit H mit Lettaste hinten rauf ok was wenn was Karim und Baumwoller um Baumwoller zu pflücken ja das ist der Hauptberuflich das ist äh ich komm da nicht auf boah ne ne ich kann ich kann kein Nippel zeigen ich hab äh äh von Youtube ich hab das verboten bekommen die fahrten das nicht so geil äh obwohl ich kann mich erinnern vor zwei tagen am Plan ist die mich glaube ich hab sogar Nippel gezeigt ne ja ich kann mich daran nicht mehr erinnern ich bin ich find's auch krass das hat keiner irgendwas hochgeladen ne Keiner hat das hochgeladen, obwohl ich halt richtig dick Nippel geleakt hab, ne? Mäus meinte, du sollst dich ausziehen, da hast du's gemacht. Ja? Ja. Boah, unehrenhaft, Mäus. Duty Rage, kenn ich noch. Äh, mir geht's gut, und hier, wir haben uns die Kingslayer-Datei, als nächstes haben wir uns einfach diese hier. Der Typ will abhauen. Hä? Der Typ will abhauen. Wohin denn? Ja, keine Ahnung, mit dem Lambo. Okay. Oh. Nikita, du bist, du bist noch vor ihm so, kannst du ihn vielleicht holen. Was los? Der Typ will abhauen, ja. Ja Leute, ich brauche immer Hilfe, vielleicht ein bisschen. Ich hab keine Ahnung, wo der will. Da kommt deine Richtung, Axel. Ja. Alle kommen irgendwie in meine Richtung. Hör zu, wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Und zwar in einem umgebauten Schlachthaus. Worauf warten wir dann? Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Hier raus geht hervor, dass ihn El Emisarius Assistent hat. Wir müssen ihn finden. Fuck! Ziel eliminiert. Oh Gott. Das sind überall Informationen. Ich will alle haben. Ja, ich brauche die auch noch alle. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Verdammte Scheiße. Deine Stimme für die Tiere. Ja. Äh, okay. Hehehe. Hehehe. Ich habe nichts gesehen, okay? Äh, doch. Ich habe sie gefilmt und aufgenommen. Keiße. Typisch Sven, du hast dir eine Wurstaufgabe. Ah, ich esse noch keine Wurst. Ich habe ihn. Ich weiß nicht. Ich finde das... Ich weiß nicht. Das ist sehr ekelhaft. Und ich habe eben eine Banane ganz tief in den Mund genommen. Ah. Hä? Im Haus. Junge, mein Aim, ne? Absolut Scheiße, ja. Oh, fuck. Höh. Ach, Arme Nassi. Shit, bin getroffen. Sorry. Du meinst, Alter. Äh, ich glaube, das war ich. Das kommt wieder mit dem Ausländer-Slang, ey. Meine Güte. Hundertprozent deutsch wohnt mit seiner geilen Mutter einer Doppel aushilft und macht richtig einen auf Kanacke. Ja. Und Russland. Ja, 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 und Russland. Ja. Meine Mutter, mein Vater. Es ist Slave. Das sind beides Kanacken oder was? Abschluss bestätigt. Russen nennt man auch Kanacken. Oder Slave. Ja, als ob deine Eltern zu hundert Prozent alle beide Russisch sind. Ja, sind die. Ach, hör mir auf. Doch. Denkst du, die sind hier geboren oder was? Ja klar. Nein, sind die nicht. Meine Mutter kommt aus Kasachstan und mein Vater aus... Kasachstan ist noch kein Ostern, oder? Früher war es Russland. War früher, Junge, dann bin ich auch Schwarzafrikaner. Burad. Früher war es Russland, Burad. Ja, meine Großvorfahren, Großelternfahren kommen auch aus Afrika. Und mein Vater kommt aus Chilabinski. Was da denn? Was? Mein Vater kommt aus Chilabinski. Was ist das denn? Das ist auch so ein Eck in Russland. Du, das ist wahrscheinlich so ein Hinterweltklarkast irgendwo an der Küste, irgendwelche Fische. Nein, nein, das ist... Das ist... Ich denke über Kasachstan irgendwo. Was, der Galaxy? Danke, der Galaxy. Egal, du glaubst nicht, wie viele aus Kasachstan kommen und die nicht aussehen wie Kasachen. Also, die keine Schlitzaugen haben. Ja, aber Kasachstan ist doch, hey, Borat. Was für Murat? Ja, aber Borat. Mein Name ist Borat. Das ist mein Nachbar. Wenn Nachbar kauft iPhone, ich kaufe ein iPhone 2 auch. Wenn Nachbar hat eine neue Frau, ich hole mir auch eine neue Frau. Wenn Nachbar hat eine Radio, ich kaufe mir auch eine Radio. Ja. Krass. Fred Menges. Ehrenmann. Ein Profi auf den Nacken. Ehrenmann. Danke. Es gibt, dass ich gerade fahre, ne? Naja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich glaub, das ist auch nichts mit dir gleich. Ich find das voll geil, wie manche einfach mal mit so einem MG rumfahren auf der Straße. Ja, Mann. Ja, das ist... in Bolivien, ne? Ja. Kokain regiert die Welt. Was? Du sagst, der Kokain regiert die Welt in Bolivien. Wir fahren aber grad nicht dahin, wo wir eigentlich hin sollten, ne? Äh, Markierung? Ja, okay, dann fahren wir dahin. Ah! Sind doch alles Bolschewiken? Bolschewiken oder Bolschewiken? Bolschewisten, glaub ich. Oh, Junge! Ja, Junge, was denn? Es heißt Bolschewiken. Bolschewiken? Ich google das jetzt. Ja! Bolschewiken. Ich hab Kopfschmerzen. Ich glaub, wir brauchen gleich ein neues Auto. Was? Ich glaub, wir brauchen gleich ein neues Auto. Ich finde... Ich finde, ich bin müde. Wenn er die Partei meint, dann Bolschewisten. Ja! Keiner meint die Partei, äh, Junge! Ja! Pfff! Was meint der denn? Hä? Warte mal, ich muss mir mal ganz kurz den Rainer geben. Juno! 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 Ist der immer noch... Ist der immer noch live? Juno! Juno ist direkt gesperrt in meinem Browser! Hähähähähähähähähähähähähähähähähäh! Eventuell aussteigen und hier weg! Oh, verdammt! Wie lange... Wie lange bist der denn von live? Halt's den Maul! Boy kann halt ich mal mehr einsteigen. Ich muss den Flash Player installieren! Was Che Penges! Was ist los mit dir? Du hast ja gute Arbeit geleistet, mir lieber. man hat zu viel geld ich grüße dich kaputt machen wir müssen sterben nicht schießt nicht schießt jetzt mit der lauten zu schießen hast du noch letzte gebete letzte worte ich verbrenn sogar hier mein ich hab's gemerkt was sollen wir jetzt machen wir müssen aber sterben ich bin oben ich bin tot ich heile dich durchs auto echt jetzt bist du frei ja ich bin frei ich nicht ich muss sterben kannst du mich kurz ist hier ja sie müssen sich umbringen und dann läuft zeit aber unser sponsor kann auch neben uns es ist langweilig reiner bist du komplett tot nein wo bist du denn der reiner hat gerade einen sentimentalen augenblick in seinem leben ja der reiner ist gerade richtig schlecht gelaunt erst oder hat seine freundin schluss gemacht weg oder seine richtige echte liebe wo die mit dem kissen abgeworfen hat ja reiner mit diesem handtuch auf gar keinen fall ich helfe dir und ich habe ja selber die arsch offen der hat einen strick oben rechts ne also das da finde ich da der strick ist gar kein spaß also das ist das ist kein spaß mehr was macht ihr denn ja wir hatten einen autohunfall und das ja und wir sind ausgestiegen und was festgepackt und bist du eigentlich rausgekommen das kann ich jetzt nein warte mal ich was ist denn nur los ich muss pissen macht er gerade ansagen gegen dich oder nein der haut der haut der haut vom ist raus dann haut da hohe ist was ist los ehrenmann der lauer der kann das geld nicht zurückziehen über super chat das geht nicht super chat ist safe aber ehrenmann dass er das macht also hallo 150 50 ja guck mal wie das aussieht wie er so nach unten zieht naja brause da ehrenmann guck mal der hat ihm nichts getan mann der hat familie kinder alles und du hast ihn getötet auch auch Ups. Außer Puste. Sehr sogar. Mach noch 10. Boah, guck mal, das ist das schönste Auto der Welt, Alter. Nenn mal. Dieser Bizeps, Bruder. Dankeschön, dass du mir da mein Bizeps zu formen. Wie viele Autos stehen denn da bei euch? Was habt ihr denn gemacht? Oh Gott. Oh, Glück. Junge, ihr habt 10 Autos dazu. Guck mal, ich hab Neymar´s Auto, ja? Das ist Neymar´s Auto. Äh, LOL. Hallo? Was ist passiert? Du wurdest gerade totgefahren. Mach mal deine Arbeit, Nikita. Als Prototyp-Russe. Genau, mach gar nichts, ist okay. Typisch Russen. Auf Russen kann man sich nicht verlassen. Dankeschön. Guck mal, das ist Neymars Auto. Guck mal, was auf der Tür steht. Neymar. Wo? Auf der Autofahrertür, siehst du das? Neymar steht da, Junge. Ja, ich weiß. Aber du musst mir so ein bisschen Fantasie mit reinbringen. Dann ist der Neymar. Junge, ich kann da nicht rein. Schmeiß den einfach raus. Komm, wir fahren mit dem. Okay, ja, fand ich gut. Okay, ich fahr ja schon. Ich wollte nicht fahren, weil ich keinen Führerschein habe. So, ähm. Brauch kein Führerschein. Ja, wir müssen. Übrigens, das Dorf ist echt abwockt, ne? Ach, verdammt. Du musst mal rein. Bruder. Digger, wie fährst du? Wir müssen da ins Dorf rein. Wir müssen da ins Dorf rein. Ach so, in dieses Dorf da rein? Ja, ja. Ich dachte, du willst irgendwie hier so runterfahren. Ne, ne, warte. Nicht weiterlaufen, die sind direkt hier vorne. Was ist jetzt passiert? Hä, was? Was? Ja, das ist viel besser als du, Axel. Ah, danke. Wenn ich den Axel sehe, riech, riech ihm das aus. Ja, danke. Axel. Wenn ich schon wieder Axel höre, ne? Axel-Fody. Axel. Axel! Das ist wieder das Scheißdorf. Oh, verdammt. Von wo, von wo? Von wo, Amenakoi? Von links. Nice. Was, Jolina? Dankeschön, Jolina. Da fressen ja Schweine ordentlicher. Ja, das kann sein. Äh, das mag sein. Ja, die kommen alle aus der Kirche raus. Ja, Mann. Wie viele da einfach sind. Boah, schau. Ja. Ich hab meine Brunnen mal eben in die Luft gelaggt. Geil. Auf Munition. Verdammt. Abschuss bestätigt. Ich muss mal unseren lieben Axel unterstützen. Granate. 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 Hausgottes. Auf dem Dach. 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 Ja. Sehen. Tot. Er ist tot. Ja, nice. Danke. Okay. Reden Sie mit den gefangenen Rebellen. Ja, ja. Das tut. Alles okay? Was wollen Sie von mir? Juri und Polito. Juri und Polito. Polito, ma friends. Mir amore. So. So viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo vor dem Land. Da. Da war ein Geruch. Nachhaltend dir heute. Mehr weiß ich noch. So. Nein. Chillig. Warum heißt ich eigentlich NoMath? Das gibt gar keinen Sinn. So. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich gehe gleich pennen. Ich würde mich da so anstecken. Weil ich bin schon müde. Ja. Du gehst auch pennen? Ja. Ich habe auch noch... So viel geht, Alter. Gestern bis 7 Uhr. Ich hab... Ich muss morgens früh raus, Mann. Ich auch. Ich muss morgens früh zum Hausarzt. Du mach... HAAAAAAA! Digga, der scheiß NoMath hat uns geholt. Er hat uns einfach überfahren, Digga. Wir haben mit ihm geredet. Guck mal, wir haben mit ihm geredet. Wir haben ihn rausgeholt. Er überfährt uns. Alles... Ey, Karin, ich werde ja das umbel vermerken. Ja, weil du hast ihn als erstes geholt. Es tut mir leid. Nee. Äh... Geh alles weiter. Äh... Nee. Es... Ich bin faul, weißt du? Ich wollte die Strecke nicht wieder zurücklaufen müssen. Das wär ernst? Was denn? Okay, da... Ja, nee... Heheheheh... Das habe ich verstanden. Okay, besser... Finchil! Oh, ja. Oh, Airan... Ich hasse Airan. Ich bin tot. Nää... Airan... Dankeschön. Warum bist du tot? Ich habe mir selbst immer gesagt. Äh, Airan... Äh... Ich hasse Airan, weil das ist... Ich mag dieses Salz nicht. Finger weg von meinem Neger, ja? nein habe ich nicht in deiner menschlichkeit verletzt nein 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 also hält das ist die schon aber richtig er ist ein russ also frauen versteht das angebot steht noch und ich dachte weil ich kann nicht fahren wir werden doch sterben warum ist ja eigentlich dschungel hier wurde tatsächlich gedreht ja der film war cool ich weiß gerade bei dschungel buch zu spät er hat noch recht machen wollte ja leute ich glaube ich gehe jetzt echt pennen das excel sind einige leben wirklich mehr als andere leben du kennst die antwort ja dann kommt man auf du sagst die ganze zeit ja helft dem tier sie dann frage ich wie denn und dann sagst du mir keine antwort du kommst immer nur mit dem scheiß tier haben keine stimme dann sagt mir doch mal klick und klavier also ich bitte dich meine kippe wird nicht lassen vom regen hält schon so ewig bester bester hersteller ich habe jetzt wie viele stunden spielzeit habe ich bestimmt schon sechs sieben stunden spielzeit also gestern auch immer noch an derselben kippe jetzt haben wir drei oder vier stunden weiß ich gar nicht was was schon wieder besoffener und nö kohlrabi geil ich liebe kohlrabi kohlrabi ist mega geil vor allem ein bisschen salz schon paar karotten oder sowas ist ja bestellt lecker abzug jungen krischen abzug nicht wieder können an den rest kommen der da drin ist wirst du die hand drehen ich verpiss mich jetzt muss pressen und ja dann bis morgen weil morgen ihr wisst was morgen passiert sagt euren freunden sagt euren eltern sagt euren großeltern sagt sogar eurer kleinen cousine die acht jahre ist und in die zweite klasse geht sagt auch ihr morgen gibt es einen drunk stream was noch 20 likes bis 1k gut die machen wir auch noch vor sonst gehe ich nicht pennen ja sonst geht nie nein nö ne halt das ist ja dann kontraproduktiv weil dann wird das ja nie und dann muss ich immer hier bleiben bis dann bis dann